Oh, der schaut ja gut aus. Jetzt mach ich ihn noch größer. Oh, prima, schaut die aus. Schön hübsch aber. Und am Samstag war ganz weiße da, mit einem orangenen Gesicht, das ist ein rostbraunes Gesicht, das ist auch eine Schleiereule, sagt man. Und im Foto ist nichts geworden, bloß die Kamera hat ein gutes Licht. Das stimmt. Das ist eine deutsche Eule? Ja, eine Schleiereule, sagt man. Superinteressant.